Vater und Sohn Der Vater und der Sohn wollen zu Abend essen. Auf der Wurst vom Sohn sitzt eine Wespe. Der Sohn will die Wespe erschlagen. Aber der Vater hält ihn davon ab. Der Vater trägt den Teller mit der Wespe zum Fenster. Der Vater lässt die Wespe nach draußen fliegen. Aber die Wespe kommt zurück. Die Wespe sticht den Vater am Kopf. Die Wespe hat sich auf die Wurst vom Vater gesetzt. Der Sohn will die Wespe nach draußen bringen. Aber der Vater hat eine andere Idee. Der Vater erschlägt die Wespe mit einer Serviette. Der Sohn wundert sich.